Das Team startet jetzt, heute haben wir wieder ein sehr geiles Programm und zwar Valorant Ranked, da wollen wir maximal weit hoch einsteigen und da unten kämpfen, keine Ahnung im Duo oder im Trio irgendwie sowas, auch mit ein paar Timex habe ich sehr bock drauf, dann Valorant Ranked, dann Clash of Clans dann Valorant Ranked, dann jeden Tag eine neue Friese bis die Friseur wieder aufmache heute ist es die geworden, ist wieder ziemlich beschissen, aber ist auf jeden Fall beschissen und dann würde ich jetzt sagen